Hallo Trader, herzlich willkommen zum heutigen Video. Warum ist die Tesla-Aktie eigentlich laut der Börse mehr wert als die Volkswagen-Aktie? Das soll Thema des heutigen Videos sein. Wir werden uns das mal genauer angucken und vor allem uns auch die Frage stellen, warum ist das so und wir werden herausfinden, was das Kuriose eigentlich an dieser Sache ist. Also, legen wir direkt los, wechseln wir mal auf meinen Bildschirm. Untertitelung. BR 2018 Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, in den letzten Tagen, Wochen ist die Marktkapitalisierung von Tesla das erste Mal über 100 Milliarden US-Dollar gestiegen und hat dementsprechend VW abgelöst. Das bedeutet, Tesla ist jetzt der zweitwertvollste Autobauer der Welt. Vielleicht ganz kurz hier auf meinem Bildschirm, Marktkapitalisierung, was bedeutet das eigentlich? Ganz einfach, das was du hier sehen kannst, ist die Seite finwiz.com. Du kannst hier ganz einfach Tesla eingeben oder das Symbol TSLA. Dann kommst du hier auf eine Seite und siehst direkt ein paar Informationen über die Tesla-Aktie. Marktkapitalisierung, das bedeutet ganz einfach, wir sehen hier die Shares Outstanding, das sind 182 Millionen. Das bedeutet, es gibt insgesamt 182 Millionen Tesla-Aktien. Wenn wir das jetzt mit dem gestrigen Schlusskurs multiplizieren, das sind 640 Dollar und 81 Cent, dann kommen wir laut dem Stand 30.01. auf eine Marktkapitalisierung von 116,7 Milliarden US-Dollar. Also das zur Marktkapitalisierung. Man sieht auch hier das Kuriose, was wir gleich noch feststellen werden. Die Tesla-Aktie in den letzten Monaten extrem nach oben gelaufen, hat sich Stand Juni hier mehr als verdreifacht. Auf der anderen Seite, was haben wir als Konkurrenz, sag ich mal, haben wir Volkswagen. Wie sieht hier die aktuelle Marktkapitalisierung aus? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sehen hier, das ist jetzt hier Finanzen.net, die Marktkapitalisierungsliste des DAX. Wenn wir hier mal runtergehen zu Volkswagen, dann haben wir hier eine Marktkapitalisierung von 83 Milliarden Euro. So, jetzt ist vielleicht die Frage, der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum ist das Thema jetzt überhaupt so spannend? Was ist so besonders dran, wenn jetzt ein amerikanischer Autobauer, einen deutschen Autobauer überholt? Bevor wir uns die Frage stellen, warum Tesla VW jetzt überholt hat anhand der Marktkapitalisierung, sollten wir uns, wie gesagt, die Frage stellen, warum ist das Ganze überhaupt so spektakulär? Und dafür schauen wir uns jetzt mal die Jahresergebnisse, also die Umsätze von Tesla der letzten Jahre an. So, ich bin jetzt hier, wie du sehen kannst, auch auf Finanzen.net. Das sind frei verfügbare Informationen. Du kannst hier einfach die Tesla-Aktie eingeben, kannst ein bisschen nach unten scrollen. Die Werbung, die klicken wir hier mal weg, das möchten wir nicht. Und dann sehen wir folgendes. Wenn du hier GUV, Gewinn und Verlust in Millionen US-Dollar, was wir jetzt sehen können in den letzten Jahren, Ergebnis nach Steuern, was dir hier auffällt, das sollte dich jetzt etwas ins Grübeln bringen. Denn wir sehen hier im Prinzip nur rote Zahlen. Von 2012 bis hier 2018, ich habe auch nochmal nachgeguckt, auch im vergangenen Jahr, 2019, hat Tesla verloren. Hier 396 Millionen Dollar. Jetzt wird 2017 sogar fast 2 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Und das ist eben das Kuriose an dieser ganzen Geschichte, dass ein Unternehmen, das bisher keinen Cent verdient hat, in den letzten Jahren nur verloren hat, von den Marktteilnehmern an der Börse mit über 100 Milliarden Dollar bewertet wird. Und das ist genau das Verrückte an der Börse. Und warum das so ist, das werde ich dir gleich noch zeigen. Wenn wir das mal jetzt gegenüberstellen mit Volkswagen, dann werden wir mal sehen, dass das da anders aussieht. Und da kann man sich dann schon fragen, warum ist das eigentlich so und warum ist das so spannend. Wir sehen hier, dass hier das Unternehmen Gewinne in Milliardenhöhe macht, durchgehend. Abgesehen natürlich von 2015, der Abgasskandal. Aber sonst macht ein Unternehmen, das Unternehmen VW, Milliardengewinne. Trotzdem ist Tesla laut der Börse deutlich, deutlich höher eingestuft. Warum ist das Ganze jetzt so? Warum handelt eine Tesla-Aktie, die bisher keinen Cent verdient hat, bei 640 Dollar und steigt Monat für Monat in den Himmel und ein anderes Unternehmen wie VW, das Jahr für Jahr Gewinne in Milliardenhöhe erzielt, schafft es kaum sich vom Abgasskandal zu erhöhen. Um die Frage jetzt zu beantworten und dann auch weiterführen, was man daraus lernen kann und was das für mein bzw. auch für dein Trading bedeuten kann, möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar, als ich angefangen habe, mich mit dem Trading zu beschäftigen, mich darüber zu informieren, habe ich festgestellt, dass es quasi zwei Lager gibt. Wir haben einmal die Fundamentalanalyse und einmal die Charttechnik. Natürlich gibt es auch Leute, die betreiben beides, aber ich hatte den Eindruck, dass die eher ein bisschen verfeindet sind. Die Trader, die Fundamentalanalyse betreiben, die schauen sich an, wie wir das gerade gemacht haben, welche Umsätze macht das Unternehmen, also die schauen sich die Bilanzen an, wie viel Gewinn macht das Unternehmen und die ganzen anderen Kennzahlen. Und basierend darauf, auf diesen fundamentalen Daten des Unternehmens, treffen diese Trader dann ihre Handelsentscheidungen. Ja, meistens im Swing Trading, denn erst über ein bisschen längeren Zeitraum, ja, von ein bis drei, manchmal auch sechs oder zwölf Monaten oder noch länger, können dann diese Nachrichten wirklich, ja, den Markt letztendlich bewegen oder können sich da einpreisen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die Charttechniker, die gucken sich einfach einen Chart an, ja, suchen nach Trends, etc. Und was ich dann, sage ich mal, während meiner Trading-Laufbahn gelernt habe, ist folgendes. Das, was den Markt bewegt, das sind die Marktteilnehmer selbst, ja, sprich Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, ja, also für viele mag das jetzt sehr, sehr surreal klingen, dass eine Tesla-Aktie oder das Unternehmen Tesla Verlust macht, Jahr für Jahr und trotzdem steigt diese Aktie ins Unendliche quasi. Die Tesla-Aktie, die hat in dem Prinzip kein eigenes Gehirn, ja, die Tesla-Aktie denkt nicht, wenn ich gewinne, muss ich steigen und wenn ich verliere, muss ich fallen. Das, was den Markt bewegt, das sind die Marktteilnehmer, sprich Angebot und Nachfrage, ja, wenn Käufer bereit sind, große Marktteilnehmer, ja, das können Banken sein, das können Fonds sein, das sind Marktteilnehmer mit Milliarden, Donnern an Kapital, wenn diese Marktteilnehmer in diese Aktie glauben und einfach das ganze Angebot, was an diesen Aktien da ist, aggressiv aufkaufen, dann wird sich diese Aktie nach oben bewegen. Warum machen das die Marktteilnehmer? Diese Marktteilnehmer glauben sehr wahrscheinlich, dass, ja, die Tesla-Aktie eine gute Zukunft hat, ja, das wissen wir nicht. Fakt ist aber, das Einzige, was den Markt bewegt, sind, ja, die Marktteilnehmer, die ihre Meinung über das Unternehmen, ja, äußern, ja, in Form von Kauf- oder Verkaufaufträgen. Was kann man daraus lernen? Viele Trader haben aufgrund der fundamentalen Lage jetzt versucht, diese Tesla-Aktie zu shorten, ja, sprich auf fallende Gewinne zu setzen. Was man hier sehen kann auf der Seite ist, dass die Tesla-Aktie einen Shortfloat von circa 18, ja, 19% hat, ja, das bedeutet, dass 19% der sich im Umlauf befindenden Aktien in Shortpositionen sind. Ja, das sind Trader, die davon ausgehen, dass die Aktie fällt, ja, die schauen sich die Zahlen an, das Unternehmen macht nur Verlust, aber was kann man daraus lernen? Ja, man sollte daraus lernen, dass man sich niemals gegen so einen starken Trend stellen sollte, ja, wenn die Marktteilnehmer die Überzeugung haben, dass die Aktie, ja, viel wert ist in Zukunft, dass das Unternehmen vielleicht irgendwann mal Gewinn macht und diese Marktteilnehmer diese Aktie kaufen, dann steigt der Preis, ja, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob deine fundamentale Analyse der Aktie richtig ist. Ja, viele Trader haben aufgrund dieser fundamentalen Daten, die wir uns angeschaut haben, ja, die ganzen Verluste, haben Trader versucht, die Tesla-Aktie zu shorten, ja, das sieht man hier an dem hohen Shortfloat, ja, das bedeutet hier 18% der sich im Umlauf befindenden Aktien befinden sich in Shortpositionen, ja, sprich die Trader gehen davon aus, dass die Aktie wieder fällt, ja, und wenn die Aktie steigt, ja, verlieren diese Trader, ja, und in den letzten Monaten haben diese Shortseller, die Shorttrader über 8 Milliarden Dollar verbrannt, ja, weil sie sich einfach nur auf diesen fundamentalen Aspekt verlassen haben, ja, und man sieht eben, es ist nicht nur der fundamentale Aspekt, das ist natürlich ein wichtiger Hintergrund, aber das, was letztendlich den Markt bewegt, sind die Marktteilnehmer, die auf diese Fundamentaldaten, ja, reagieren, ja, dass das jetzt bei der Tesla so ist, dass die Marktteilnehmer kaufen, ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber was ich damit sagen möchte, ob das Unternehmen gewinnt oder verliert, spielt in dem Sinn keine Rolle, wenn die Marktteilnehmer, die großen Banken, die die Fonds mit Millionen oder Milliarden an Kapital diese Aktie kaufen, dann wird diese Aktie auch weiter steigen, egal wie viel Gewinn oder Verlust das Unternehmen selbst macht, ja, das ist ein bisschen das Skurrile daran, dass ein Unternehmen, das eigentlich keinen Gewinn gemacht hat, so hoch bewertet wird von der Börse. Was bedeutet das jetzt für mein Trading oder auch für dein Trading? Ich bin Daytrader, ich trade US-Aktien im kurzfristigen Bereich, ja, das bedeutet, die Position, die ich heute eröffne, schließe ich heute auch wieder. Was ich jetzt mache, ich nehme solche Nachrichten, ja, wenn wichtige Nachrichten rauskommen, wie zum Beispiel in der Tesla-Aktie, die hat gestern am 30. Januar 2020 wieder Quartalsergebnisse veröffentlicht für das vierte Quartal, im vierten Quartal 2019 wurde ein Gewinn verbucht, ja, man sieht hier die Kursreaktion, ein ordentliches Upgap, ja, was aber oftmals nicht erwähnt wird, im kompletten Jahr 2019 wurde unterm Strich wieder verloren, ja, also man sieht, wie verrückt das Ganze ist, aber die Marktteilnehmer glauben anscheinend an die Aktie und solange diese Marktteilnehmer, ja, daran glauben und diese Aktie weiter kaufen, aggressiv wird diese Aktie auch weiter steigen, ja, das bedeutet für mein Trading, ich nutze Nachrichten, wenn sie rauskommen, um Volatilität zu finden, ja, ich möchte da Aktien finden, die sich stark bewegen und innerhalb des Tages, ob ich dann eine Aktie kaufe, also von steigenden Kursen profitiere oder shorte, also sprich von fallenden Kursen profitiere, das mache ich dann bezüglich Angebot und Nachfrage, so treffe ich dann meine Handelsentscheidung, wenn dich das interessiert, das Daytrading, wie du nach Angebot und Nachfrage, also das, was den Markt wirklich bewegt, deine Handelsentscheidung treffen kannst, dann kannst du dich gerne auf unserer Seite darüber informieren, die findest du in der Beschreibung, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, ciao. Outro Outro